Hallo, in diesem Video eine Art Abschlussbetrachtung des Bundestrojaners. Über den Bundestrojaner haben wir bereits eine Reihe von Videos online gestellt, Link finden Sie in der Beschreibung. Und natürlich auch hier ein kleiner ACTA-Exkurs, denn mit ACTA wird sowas hier eventuell nicht mehr möglich sein. Denn das Dokument, auf das ich mich hier beziehe und das auch in der Beschreibung verlinkt ist, das ist wahrscheinlich geleakt worden, das heißt ein interner Mitarbeiter hat es nach außen gespielt. Damit hat sich dieser eventuell strafbar gemacht, das ist aber nicht klar, da wir nicht wissen, wer das gewesen ist. Aber die Kopie im Internet ist auf jeden Fall derzeit noch legal. Und deswegen kann die ganz problemlos genutzt werden. Mit ACTA könnte der Urheber von dem File-Hoster jetzt die Löschung verlangen oder besser noch diesen direkt in Grund und Boden verklagen. Außerdem könnte der Urheber die Herausgabe aller Daten des Uploaders verlangen und so weiter. Das heißt, ein ganz wesentlicher Bestandteil, wie zum Beispiel die Bürger oder die Presse, den Staat überwachen können, der würde verloren gehen. Und das Ganze würde natürlich nicht nur für den Staat gelten, sondern für jede Art von unangenehmer Enthüllung. Der Bundestrojaner, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, hatte laut Analyse des Chaos Computer Clubs so viele Bugs und Fehler, dass er nicht gesetzeskonform eingesetzt werden konnte. Viele andere Bürgerrechtler sagten zusätzlich, dass es sowieso keine rechtliche Grundlage gibt. Die Polizei hat sowieso kein Recht, solch eine Software einzusetzen. Die entsprechenden Politiker auf der anderen Seite betonten daraufhin eigentlich immer nur, dass der Einsatz gesetzeskonform durchgeführt worden sei, dass das absolute Profis sind, die die Software einsetzten, dass das Gericht das sowieso erlaubt hätte, dass man die komplette Kontrolle hätte, dass die Software legal sei und außerdem brauche man die Software, weil es geht ja immerhin um die bösen Jungs. Besonders hervorgetan auf der Seite der Politiker haben sich hier, abgesehen natürlich vom Leiter des BKA, die Innenminister des Bundes und der Innenminister des Landes Bayern, die haben sich in ihren Phrasen regelmäßig abgewechselt. Um den ganzen Wirbel damals noch zu ergänzen, hatte sich natürlich auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit eingeschaltet. Und das ist jetzt nicht irgendein kleiner Hektivist, sondern das ist eine ganz offizielle Behörde des Bundes. Und was die feststellt, das hat in den Reihen des Bundes und natürlich deswegen auch unter den Politikern wesentlich mehr Gewicht als alles andere. In seiner Zusammenfassung sagt der oberste Bundesbeauftragte dann auch, dass er die Analyse natürlich nur aus seinem Blickwinkel durchgeführt hat. Der von den Länderbehörden eingesetzte Bundestrojaner, der konnte wegen sachlicher Unzuständigkeit gar nicht überprüft werden. Außerdem lagen den Bundesbehörden zum Teil weder der Quellcode noch eine ausreichende Anleitung der Software vor, sodass er auch hier nicht so viel sagen konnte. Allerdings, das sind beides Punkte, wo das BKA oder die Zollbehörden schon gegen die entsprechenden Grundsätze verstoßen haben. Eine Behörde muss bei einem Einsatz von Software die volle Kontrolle haben. Und dazu zählt halt auch, dass sie weiß, was die Software macht. Entweder, weil ihr halt der Quellcode vorliegt oder halt eine entsprechend ausführliche Anleitung. Beides war hier nicht gegeben. Beides waren allerdings Punkte, wo die Innenminister immer betont haben, dass diese Punkte vorgelegen hätten. Den Rest, den er dann untersuchen konnte, der entsprach ebenfalls nicht den gesetzlichen Anforderungen, war also illegal. Er spricht explizit die fehlende Verschlüsselung und die fehlende Authentifizierung an. Beides Punkte, die wir in den entsprechenden Videos über den Bundestrojaner bereits ausführlich dargelegt haben. Ebenfalls gilt er den § 100a Strafprozessordnung und § 23a Zoll Fahndungsgesetz. Er schreibt, dass diese zwei Paragrafen den Einsatz des Bundestrojaners nicht rechtfertigen. Und genau diese zwei Paragrafen waren immer wieder von den entsprechenden Innenministern angeführt worden, die es ihrer Meinung nach erlauben würden. Ein weiterer Punkt, den zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hatte, war, dass der sogenannte Kernbereich privater Lebensgestaltung niemals aufgezeichnet werden darf. Und für alle, die jetzt mit dem Begriff private Lebensgestaltung nichts anfangen können, das ist Juragelaber für Sex, Knattern oder eben ganz entspannt einen Porno im Internet anschauen, also Good Old American Girl on Girl Action. Oder wie meine Kollegen das nennen, Mittagspause. Und ich glaube, mit dem Spruch kann ich mich jetzt auch von dem letzten weiblichen Zuschauer verabschieden. Aber kommen wir wieder zurück. Also der ganze private Bereich, wenn Sie also mit Ihrem Quietcheentchen in der Badewanne sitzen und Schiffe versenken spielen, der darf nicht aufgezeichnet werden. Sollte er doch aufgezeichnet werden, dann muss er unverzüglich gelöscht werden und darf nicht ausgewertet werden. Dabei ist das unverzüglich zu übersetzen mit sofort nach Kenntnisnahme oder streng genommen noch ohne schuldhaftes Zögern. Wenn der Bildschirminhalt also zum Beispiel YouPorn zeigt oder man über die Webcam sieht, dass die Hose gerade runtergelassen wird, dann muss das sofort gelöscht werden. Und genau dieser vom Verfassungsgericht angesprochene Punkt wurde von den Behörden missachtet. Dieser private Kernbereich wurde nicht gelöscht und er wurde ausgewertet. So fand der Bundesbeauftragte in den Protokollen der Behörden sogenannte Liebesbekundungen. Ach, da hat dann wohl doch jemand eine Freundin gehabt. Insoweit kann das wohl kein Gamer gewesen sein, denn die haben ja laut RTL keine Freundin. Oder es war natürlich ein alter Counter-Striker, der seiner AK-47 mal wieder die ewige Treue geschworen hat. Ebenfalls fanden sich in den Protokollen Hinweise auf sogenannte Selbstbefriedigungshandlungen und damit ein weiterer Hinweis darauf, dass die Behörden sich nicht an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gehalten haben. Und hier mit acht Minuten war er sogar ein richtig Fixer. Jetzt können Sie natürlich sagen, Moment mal, wenn ich mir jetzt den ganzen Tag Porn reinziehe oder mir dauernd einen von der Palme wedel, dann kann ich also niemals überwacht werden? Dann sage ich darauf nur, warum glauben Sie denn, dass meine Kollegen noch frei herumlaufen? Fazit Die zum Einsatz gekommene Bundestrojaner-Software verfügt nicht über die gesetzlichen Anforderungen. Das hatte der Chaos Computer Club vom ersten Tag an behauptet. Keine Verschlüsselung, keine Authentifizierung, Missachtung des Einsatzziels und fehlendes Weghören, wenn das Gericht es angeordnet hat. Man hat also alles falsch gemacht. Und das also jetzt schwarz auf weiß von einer weiteren Bundesbehörde und eben nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Hackern, die ja sonst nur Böses wollen. Okay. Ciao, chicos, gut geht's, deutsch. Wir beginnen. fuck moi wir in der experiments mit jeder Beweise deer unter